Im wohlhabenden Hamburger Stadtteil Flottbeek ist der Bau einer Flüchtlingsunterkunft geplant, was bei den Anwohnern auf heftigen Widerstand stößt. Sie haben bereits Anwälte eingeschaltet und eine Bürgerinitiative gegründet, um sich gegen das Projekt zu wehren. Die Unterkunft soll zwischen 2025 und 2030 Platz für 144 Flüchtlinge bieten. Die geplante Unterkunft liegt an der Ohnhornstraße in der Nähe der S-Bahn-Station und des Loki-Schmidt-Gartens. Die Flüchtlingsfamilien sollen in Wohnheimheiten mit Küche und Dusche untergebracht und die Kinder in die örtlichen Grundschulen integriert werden. Die örtliche FDP schlägt jedoch einen alternativen Standort vor. Auf einer Bürgerversammlung wurden Bedenken geäußert, die sich weniger gegen die Flüchtlinge als gegen mögliche Nachteile für die Anwohner richteten. Die Sozialbehörde plant für Mai eine Informationsveranstaltung. Gleichzeitig werden alternative Standorte geprüft, auch wenn bei anderen Projekten bereits Kompromisse gefunden wurden. Ja und wie ihr es gerade gesehen habt, auch bei den Reichen und Noblen dieser Gesellschaft kommt das Problem der illegalen Migration so langsam an. Denn Flottbeck ist einer der reichsten Stadtteile Hamburgs mit einem durchschnittlichen Jahreseinkommen von 90.000 Euro. Und damit herzlich willkommen in meiner kleinen News-Küche. Es freut mich, dass ihr auch heute alle wieder eingeschaltet habt. Und es hat gestern wirklich ohne Probleme geklappt. Also der gesamte YouTube-Kanal hier ist 1 zu 1 zu Odyssey gewandert. Und hier habt ihr einmal die entsprechende Internetadresse. Ich weiß, sie ist ein bisschen kryptisch, aber sie steht auch in der Videobeschreibung. Das würde mich freuen, wenn ihr dort einmal rüberschaut. Und was ich euch verspreche ist, egal ob ihr diese Videos jetzt auf YouTube schaut oder auf Odyssey schaut, ihr werdet auf beiden Kanälen genau die gleichen Videos finden. Und ja, dementsprechend habt ihr ab jetzt die Wahl, entweder hier oder einige Stunden später, ich weiß nicht, wie schnell die bei der Übertragung sind, aber ich glaube, so ein, zwei Stunden wird es schon dauern, mir quasi auf Odyssey zu folgen. So, das also einmal kurz in eigener Sache. Also kommen wir einmal zum Thema. Ich habe es schon des Öfteren bei mir in den Videos erwähnt und ich sage es auch in privaten Gesprächen immer wieder, Toleranz wächst mit dem Abstand zum Problem. Das Problem allerdings, ja, das lässt sich auch nicht für ewig von einem fernhalten. Egal, wie man jetzt zum Beispiel auch wählt, möchte ich einmal behaupten. Denn, ja, mit Ausnahme einer Partei hier in Deutschland sind im Grunde genommen alle anderen Parteien, ja, sagen wir mal, für die grenzenlose und zügellose Migration hier im Lande. Auch wenn die Union sich da jetzt mit ihrem, ja, mit ihrer Leitkulturdebatte ein bisschen dagegen sträubt. Aber, wie ihr hier einmal sehen könnt, diese drei Parteien hier, also SPD, Grüne und Linke, wenn man das hier so sieht, kamen die halt bei der letzten Bürgerschaftswahl in Hamburg in dem entsprechenden Stadtteil Flottbeck, ja, und also Großflottbeck, da gehören noch ein paar andere dazu, auf sage und schreibe 68,6%. So, das kann man natürlich sagen, ne, geliefert wie bestellt. Und dabei bin ich halt auch noch so fair und habe die 13,7%, die ihr hier seht, für die CDU, die habe ich gar nicht irgendwie in die Rechnung mit aufgenommen. Ja, und wo wir jetzt halt schon bei diesem Thema sind, wer wählt was, wo, wieso, weshalb und warum. Ich hatte vor acht Monaten ein Gespräch mit einer damaligen Freundin. Damalige Freundin, weil sie mir daraufhin die Freundschaft gekündigt hatte, beziehungsweise sie hat mir die Freundschaft gekündigt, weil sie meint, dass ich hier auf meinem Kanal nur Hass und Hesse verbreiten würde und das mit ihrer Toleranz und ihrer Weltoffenheit nicht vereinbaren könne. Gut, habe ich zu ihr gesagt. Alles klar, ist deine Meinung. Ich respektiere deine Meinung und Meinung respektiere ich grundsätzlich, egal wie bescheuert diese Meinungen sind. Das ist halt eine Meinung. Und wir haben halt, also in meinen Augen, haben wir halt Meinungsfreiheit. Sehen andere ein bisschen anders und sieht der Staat vielleicht auch ein bisschen anders. Könnte ja zur Delegitimierung staatlichen Handelns führen. Aber gut, in meinen Augen haben wir Meinungsfreiheit. Jeder kann sagen, was er möchte, egal wie bescheuert es ist. Auf jeden Fall sagte ich in diesem Gespräch zu ihr, und ich kann mich noch gut daran erinnern, ja, na, du, meine Liebe, möchtest halt ganz gerne rechts leben, ja, aber wählst ständig links. Das passt ja nicht. Und wenn du schon nicht unbedingt an dich und an deine Zukunft denken möchtest, dann denk doch bitte an die Zukunft deines, zum damaligen Zeitpunkt noch, ungeborenen Kindes. ja, daraufhin, ne, war sie halt wirklich sauer, als ich das geht ins Spiel gebracht habe und hat mir halt dementsprechend wirklich, ne, gesagt, sie will mit mir nichts mehr zu tun haben. Gut, alles klar. Respektiere ich, ähm, ja, und Anekdote halt am Rande, die gute Frau wohnt in Flottbeck. Und dabei geht es in Flottbeck jetzt nur um 144 Personen, die da, ja, übergangsmäßig und befristet, und wir kennen das ja, so mit übergangsmäßig und befristet, für fünf Jahre, also von 2025 bis 2030, dort untergebracht werden sollen. Ja, die Kinder dieser Personen, die sollen dann da in die umliegenden Schulen gehen, ne, und so weiter und so weiter. Und wenn man jetzt bedenkt, dass Hamburg eine relativ große Stadt ist, 144 Personen für diesen Stadtteil, also auch für Flottbeck, ist jetzt nicht unbedingt viel. Also im Vergleich jetzt hier zum Beispiel einmal zu Upal, was bei mir hier um die Ecke liegt, ja, da sind es 500 Einwohner und da sollten 400 Leute hin. Na, also am Ende hat man sich dann doch irgendwie auf 250 Leute runterdrücken lassen, weil es da massive Proteste gegeben hat. Und genau das versuchen die Menschen in Flottbeck jetzt halt auch. Und dementsprechend haben sie jetzt schon, ja, 36 Kläger, richtige Kläger zusammengefunden, die halt auch anwaltlich dort vertreten werden. Und auch wenn es im Mai eine sogenannte Bürgerveranstaltung geben soll, scheinen die Fronten da jetzt schon verhärtet zu sein, also jetzt schon im Vorfeld so sehr verhärtet zu sein, dass sich der Vorsitzende des Sozialverbandes Deutschlands, beziehungsweise jetzt in Hamburg, Klaus Wicher zu folgender Aussage hat hinreißen lassen. Hier wollen sich die Bewohner eines gut betuchten Elbvorortes nicht solidarisch zeigen, sondern beharren auf ihren Privilegien, zu denen offensichtlich gehört, dass Flüchtlinge außen vor bleiben. Und wie gesagt, verhindern werden die Anwohner das Flüchtlingsheim dort nicht. Das Einzige, was sie halt schaffen könnten, ist, je nachdem, wie viel Protest dort an den Staat geht, beziehungsweise wie weit überregional über diese Geschichte berichtet wird, dass sie die Anzahl der Personen drücken können. Also vielleicht von 144 dann auf 120, wenn sie Glück haben, auf 110. aber der Beschluss steht fest. Das Ding ist durch. Egal, ob es da eine Bürgerveranstaltung oder eine sogenannte Informationsveranstaltung gibt oder nicht, die Bürger haben da nichts zu entscheiden. Die dürfen da hingehen, die dürfen da meckern, die dürfen sich das anhören und dann dürfen sie schön wieder nach Hause gehen. Denn genau das, das bestätigt auch der Sprecher der Sozialbehörde, Wolfgang Arnold. Denn Wolfgang Arnold sagte zu der kommenden Bürgerveranstaltung folgendes. Verständlicherweise wünschen die Bürger sich Beteiligung, aber das ist nicht möglich. Wir richten diese Standorte zur Gefahrenabwehr ein. Es geht darum, Menschen vor der Obdachlosigkeit zu bewahren. Tja, meine Lieben, man könnte sich jetzt hinstellen und gehässig sein. Und dann könnte man jetzt sagen, ja, geliefert wie bestellt. Aber das stimmt nur zum Teil. Denn auch überall dort, wo es andere Wahlergebnisse gegeben hat, dort werden auch Unterkünfte errichtet. Auch gegen den Willen der dortigen Bevölkerung. Was man allerdings doch mit Fug und Recht sagen kann und behaupten kann, ist, dass das Problem der illegalen Migration jetzt überall so langsam ankommt. Also im neunten Jahr nach der merkelschen Grenzöffnung, weil man ja unschöne Bilder verhindern wollte. Und auch diejenigen jetzt so langsam davon wirklich betroffen werden, die sich vorher noch schön abschotten konnten. Diese Entwicklung und dieses Umdenken, das findet statt. Allerdings, wie man auch in Hamburg sehen konnte, als dort nun tausend, ja, weiß ich nicht, was soll das sein, Islamisten oder so, die Ausrufung eines Kalifats beschworen haben, beziehungsweise dafür demonstriert haben, dann setzt dieses Umdenken vielleicht ein wenig zu langsam ein. Ja, ansonsten bleibt es halt dabei, was ich am Anfang schon gesagt hatte, Toleranz wächst mit dem Abstand zum Problem. Und damit danke ich euch wieder recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch allen noch einen wirklich tollen Tag, beste Gesundheit. Und ich bin im Übrigen der Meinung, dass eine Regierung, die 68,8 Milliarden Euro in über 8.000 Projekten in 110 Ländern dieser Erde und 48,2 Milliarden Euro auf Grundlage der illegalen Migration hier in Deutschland ausgibt, aber uns ein Sarg, das wir nun alle den Gürtel enger schneiden und mehr Steuern zahlen sollen, einfach abgewählt gehört.